Hallo! Alles klar? Schön! So, wir sollen in diese Richtung. Ich muss mir ein bisschen mehr meinen Auftrag widmen. Ich feite immer rum mit den Eierschädeln hier. Muss ich aber gar nicht. Komm her! Dass sie Feuer haben in deinem Arsch, Junge. Deine Mama hat aber mehr Feuer wie du, Digga! Jetzt kommen die meine Mama-Witze. Es ist soweit. Um 2.08 Uhr kommen die meine Mutter-Witze. Wo kommt mein Särder? Maul. Maul, hab ich gesagt. Maul, hab ich gesagt. Geht doch. So, wo sollen wir hin? Wir sollen da rauf. So, die Feinde können mich jetzt alle mal arschlecken. Ich gehe jetzt Richtung Ziel. Geht doch mal aus der Seite hier, du. Oh, meine Gleise. Hast du mich Bastard genannt, du Arschkeige? Ich glaube, du hast mich mit deiner Mama verwechselt. Sacke. Noch mehr. Alles klar? Schön. Ihr wisst auch, wer der Bauer ist inzwischen. Oh, der ist ja... Oh, fuck! Das ist ein bisschen größerer. Scheiße. Da haben wir jetzt ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, ein Problem, aber... Der ist ein bisschen größer. Das heißt, chillt doch mal, Jungs. Hallo. Wer ist denn da so lästig von euch? Ich... Den töte ich als erstes. Scheiße, ich habe noch mal ein paar Schusssätze. Das will ich haben. Hallo. Weihnachten ist ja mal. Und du bist der glänzende Weihnachtsbaum. Und tschüss, Digga. Und tschüss, Digga. Definitiv tschüss, Digga. Wow. Man soll es nicht übertreiben. Sonst geht es wieder in die Hose wie vorher. Verletzbar durch Gift. Ja, was mache ich denn da mit Elektroschaden, wenn der Gift in den Arsch braucht? Mann, Silberschulder, der Dummheit vor dem Wind. Das ist ja genau, die Pissbacke. So macht man das hier. Pissbacke, du. Genau, lucky asshole. Der ist aber nicht lucky. Was labert mein Schader? Lucky ist er, wenn er überlebt. Er hat aber nicht überlebt. Weil der Babo ihm gezackt hat, weil der Babo ist. Ähm, was meinst du denn? Wie kommst du dazu? Verstehe ich gerade nicht den Zusammenhang. Ich war gerade so in Action. Herrscher, dass ich das total überlesen habe. Jetzt fehlt wahrscheinlich der Zusammenhang, ne? Oh, Kacke. Pass auf. Widerstandsfähig gegen Eis. Was bist du? Widerstandsfähig gegen Eis. Verletzbar durch Feuer. Okay. Der will Feuer in den Arsch. Das kann er haben. Oh, Dicke. Ja, Baby. Ja, Dauerfeuer. Abenteuer. Oh, yeah. Like in Battlefield. So, und jetzt schleichen wir sie wieder mal. Und weiter geht der Spaß. Oh, nee. Diese Kugeln wieder, ey. Die sind so nesli. Wo ist die scheiß Kugel? Alter, verpiss dich. Verpiss dich, Junge. Deine Mama. Deine Mama hat mehr Balls wie du. Die Kugel ist vor meiner Nase. Die Kugel ist down. Ey, ich sag euch, diese Kugeln... Ich hasse sie. Sie halten nicht viel aus. Sie machen auch... Gut, keinen Schaden will ich nicht sagen, aber... Sie fliegen herum wie ein geistesgestörtes Kind. Und das nervt. Weil du kannst sie nicht gescheit treffen einfach, ne? So, da ist so eine Pissbacke dahinten. Scannt gerade... Er sucht mich, ne? Er hat no Balls. Ich sag's mal anders. Er hat dann... Hinter der Statue, ja. Der hat sowieso null... Lol, jetzt habe ich ihm einen Hitlerbart geschossen. Ohne Scheiß. Das geht ja mal gar nicht. Aber der hat's gebraucht, ladies and gentlemen. Der hat's gebraucht. So, das holen euch die Kugeln da. Mistkugel, ey. Dreckskugel. Ich hasse Kugeln, ey. Ich hasse schon Notsatzkugeln wegen dem Game hier. So. Wo müssen wir hin? Hier. Mal ein bisschen zackiger. Müssen wir runter, oder was? Ich gehe hier sicher nicht runter. Die müssen wir lang. Hallo Stalin. Siehst nämlich so aus. So. Warte mal. Jetzt nehmen wir mal das Schwertle. Und werden Harakiri machen. Ein schön behutsam vorgehen. Wir wollen ja hier nicht alles aufschrecken. Oh, fuck. Behutsam ist vorbei. Hier schneide die Balls weg, Dicker. Die Balls. Fasst du überhaupt welche hast? Ach, ja. Der ist fette hier. Scheiße. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh. Hier geht es überall runter. Hier habe ich keinen Fightplatz. Das ist das Problem. Du hast hier ja keinen Platz zum Fighten teilweise. Teilweise. So. Hier haben wir Platz. Das geht. Okay. So. Ihr Scheißhausen. Also. Was geht? Was ist das für ein... Sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für eine Mistwaffe? Maschinenpistole. Okay. Aber das sieht aus, Alter, wie... Keine Ahnung. Wie ein Totenkopf. Scheiße. Füttchen! Thanks for the follow! And welcome zum Fist-Stream. Und wehe, ich fiste jetzt nicht. Dann nehme ich das zurück, ey. Ah, ich brauche gescheite Waffen hier, ey. Wir haben doch Balls, Leute. Wir haben doch Balls. Wir brauchen einfach nur eine Wumse-Bumse. Was haben wir denn hier? Hm. So. Oh! Scheiße! Äh, ich habe vergessen, wenn man ins Spiel geht. Ist man gleich mitten unter dem Feind, ne? Das ist nicht gut. Nein! Und wie zum circa... Also, die Leute schauen... Ich weiß nicht. Ihr schaut ja zu verschiedenen Zeiten zu. Und ich sage es zum wiederholten Mal. Der Dortel ist wieder mal runtergefallen aus der Map. Ey, wie ich das hasse. Das kostet mir XP und alles Mögliche, ne? Immer wieder passiert es halt. Du gehst halt rückwärts, wenn ein Feind vor dir ist. Schieß drauf. Dann plumpst du einfach runter. Das ist mies. Das ist echt mies, Leute. Das ist echt, äh... Scheiße einfach. Kann man nicht sagen. Peinlich, ne? Jetzt kann ich wieder da hinlatschen, ne? Wie ein Lappen kann ich da jetzt hinlatschen. So. Und irgendwer will es jetzt büßen. Du bist es! Komm her! Arschgeiche! Schau in meine... Schau in meine... Wumms... Warte, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt bin ich wieder runtergeflogen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich meine, man kann ja doof sein. Aber zweimal doof sein ist schon hart. Das ist echt mies jetzt. So, jetzt ab. Ah, nee, okay. Das ist die normale Nacht. Es gibt eine bessere. Wartet mal. Ich sag's euch. Wenn... Haut ab! So, Moment, Moment. Geil, aber ich... keine Money mehr. So, jetzt. Ne, ist auch wieder die normale. Scheiße. Es ist nie... Kein Game, Leute. Auf der ganzen Welt lädt so geil die Wumsebumse nach. Und ich bin der Einzige, der hier gemütlich looted mit Not und Fight. Ich schaffte niemand daran. So, wer will noch mal, der hat noch nicht. Komm her, du. Wieso kriege ich jetzt diese kleine Animation? Da nehmen wir's herzeigen und wir kriegen was nennen. Was ist denn das? So, der ist down. Oh, falsche Waffe. Sorry. Wir müssen ein bisschen Hachi machen, weil... Leben und so. So, komm her, wir wissen. Ja, der ist da. Habt ihr das gesehen, wie er die umgedreht hat? Es gibt nichts Geileres auf der ganzen Welt. An Animationen. Das ist so geil. Der geht bei einer ab dabei. Ohne Scheiße. Boom, Digga! Boom, Digga! Boom, Digga! Boom, Digga! Boom, Digga! Und jetzt haben wir's dann nochmal. Das war die Grand Deck. Was geht denn? Ihr noch mehr Idioten, Alter! Was geht denn mit euch auf? Oh, Scheiße! Was? Was machen wir jetzt? Die machen uns ernst. Wumms-Bumms hier. Die sind schon ein bisschen penetrant. Das muss ich jetzt zugeben. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Jetzt wundern wir im Rekord-Rocket-Runch-Eros. Ja, man muss hier zu harten Mitteln greifen. Wenn da... Ist das nicht anders... Lol. So. Scheiß aus! Nein! Lädt nach! Na! Schnell noch! Schnell noch! Boom, Digga! Jetzt ist er weg. Ich glaub's jetzt nicht. Das ist die Second Chance. Aber da muss ich etwas töten, ne? Alter, Alter. Was nehmen wir jetzt? Wisst ihr was? Wir nehmen das, was am meisten Spaß macht. Boom, Digga! Taktik! Also. Wir gehen jetzt hier lang und hier lang und hier lang und hier lang. Wir kommen noch ein bisschen dahin. Wir sind überall diese Biff-Gemiesen hier. Das gibt gar nichts. Boom, Digga! Ich komm von oben! Kein Fallschaden vor der Bin. So. Da ist ein Arschgeingesicht. Moment. Falsche Taste. Scheiße. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Alter, wir spielen auf dem dritten von vier Schwierigkeitsgraden. Das muss nur besser werden. Kommt her, pass her. Was ist denn jetzt? Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Sag mal, will der mich verarschen? Ich bin auch der Einzige, der mit dem Schwert zu einer Schießerei geht. Das gibt's jetzt echt nicht mehr. Sag mal, jetzt reicht's. Alter, fickt euch doch. Wir machen das jetzt anders. Jetzt hab ich die Schnauze voll. So. Lass mich doch hier ne verarschen, ey. Gebt mir die scheiß Pumse. So, ihr Wichser, wo seid ihr? Komm raus, hier. Dickskind down! Ich lass mir doch hier ne foppen, Junge! Wir sind hier nicht in Afghanistan, dass du machen kannst, was du willst. Keiner Hosenfurt. Ins Gesicht, Junge! Was ich mit diesem Arsch überhaupt Gesicht nennen kann, ey. Das geht doch mal gar nicht. Noch was zu melden? Schön. Irgendein Arsch macht's nur wichtig. Du! Hast du mich gekickt? Ja, und dann am Boden liegen und jammern, ne? Das ist wirklich, ey. Like a Hartzfeeler. Also nix gegen Hartzfeeler, aber ich sag nur. Es geht gar nicht. So. Jetzt werden wir sie mal heilen. Alter, die sind gescheit anstrengend, die Säcke hier. Die glauben, sie sind wichtig. Und wir zeigen ihnen, wer wirklich wichtig ist. Denn das bin ich. Und ich diese Hosenfurze. Erste Notiz. Nichts hängen. Wenn man's nicht kann. So, warte mal. Wir müssen hier lang, Leute. Ich muss ein bisschen schauen, wo wir mal lang müssen. Ich renne immer die Gegner hinterher. Aber das ist nicht unbedingt für Gölner, ne? Kann man das abknallen? Irgendwo ist ein Arsch. Wo ist er? Da ist er! Oh fuck! Oh nein! Nicht jetzt! Nachladen! Junge! Was machst du? Bumse! Bum! 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 Und sowieso! Überhaupt! Und erst recht jetzt! Und nachladen! Hauen wir mal ab ganz kurz. Ich brauch wieder meine Wumsebumse. Die Wumsebumse ist die beste Waffe. Einfach ne scheiß Bumgarn. Nein! Das geht in jedem Game gut ab. So. Komm mal du Scheißer. Oh! Digga! Schieß dir dein fucking Roboter-Gehirn raus. So! Er hat's kapiert glaube ich. Ihr habt es noch nicht kapiert? Jetzt habt ihr's kapiert! Wer der Babo ist! Der Babo bin ich Jungs! Oh nein! Den Pissen halten du! Bleib liegen! Sonst tut's weh! So, jetzt habe ich keine Munition mehr. Das ist natürlich, sagen wir mal suboptimal. Ein Meli ohne Munition. Das ist wie ein BMW ohne Benzin. Das läuft nicht. Das läuft nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, ich muss diesen scheiß Chip finden. Alter, der Chip kann in meinen Hintern drin stecken. Ich sollte nicht wissen, wo der ist, man. So, aus Protest. Machen wir das kaputt. Wo geht man denn jetzt hin? Wir gehen da rauf. Muss irgendwie da in die Richtung. Da geht's lang. Okay, Ladies and Gentlemen. Hier ist ja friedlich. Ich glaube, da habe ich aufgeräumt. Da ist ein Speicherpunkt. Ja, gib mir den Speicherpunkt. Komm, gib mir tief und hart den Speicherpunkt. Auf diesen Speicherpunkt hin sage ich nur eins. Das da. So, wir haben hier Gegner. Jetzt müssen wir ein bisschen schlau vorgehen. Nicht so Rambo-mäßig. Also, er hat Widerstand gegen Gift. Was hast du? Na komm, zeig dich. Na, was bist du? Widerstand gegen was? Gegen kinetische Energie. Hm. Macht mich jetzt nicht... Das befriedigt mich jetzt nicht gerade. Kann man hier hoch, ne? Aber da muss ich eh nicht lang, Alter. Ich bin schon wieder falsch, Mann. Wir müssen hier rauf in den nächsten Stock, Mann. Irgendwie gehe ich dauernd falsch. Ich gehe einfach den Feinden nach, weil ich alles kaputt machen will. Aber das ist nicht unbedingt... Oh, Scheiße. Okay. Wir machen das anders. Toll. Toll. Bom, Digga. Toll, bom. Na gut, so schlecht war der Anfang jetzt auch anders. So, wir laden das jetzt voll auf und dann kriegt's irgendwer voll in die Wampe. So, ihr Scheiße. Komm her, Großer, du. Oh, ja. Das zieht... Das zieht gut ab. So, nochmal die Scheiße. Komm her. Oh, ja, Baby. Do you, my man? Motherfucker. Komm her. Komm her jetzt. Kleiner Scheißer. Dich mach ich so alle, Alter. Das ist deine Mama. Jetzt kommen wieder die Mutterwitze. Oh, Baby. Oh, Scheiße. Der war daneben. Aufladen, laden, laden. Oh, fuck. Oh, nö. Ich hab mich verdrückt. So eine Scheiße. Nö. Ich verdrück mich grad laufend am Band. So geht das nicht. So... Viel besser. Nein. Wer ist wieder runtergefallen? Der Behinderte. Alter. Nö. Das dritte Mal in diesem Level. Das ist das, was ich meine. Während des Fights, du fliegst immer irgendwo runter. Das sieht jetzt so belanglos aus, aber ich verliere meine gesamten XP und die sind wichtig für die Bossfights, weil ich spiele jetzt nicht gerade auf dem Pipifax-Level. So, da Energie, schnell. Was ist mit euch los? Warte mal, verkehrte Richtung, schon wieder. Aber ich muss ich ohne Kämpfen. Hahaha, könnt mich mal. Wo geht man hin? Äh, hier. Ach ja. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.